Die Windkraft zu nutzen ist schwer, vor allem wenn man es nicht optimal anpackt. Probleme bereitet auch die Windkraftnutzung zur Energiegewinnung. So bläst überall in Bayern all jenen ein kräftiger Gegenwind entgegen, die Windräder zur Stromerzeugung nutzen wollen. Überall in Bayern? Nein. In Freudenberg im Landkreis Ambergshulzbach wird der für 2011 geplante Windpark positiv gesehen. Selbst von den unmittelbaren Anwohnern. Ja, wir sind voll dafür, weil wir brauchen die Energie und es ist auch günstige Energie und wir haben ja keine Nachteile. Die Planer von der Bürgerwind Freudenberg GmbH haben von Anfang an auf die Beteiligung und Information der Bürger gesetzt. Und es wird weiter aufgeklärt. Jetzt hat sogar die Volkshochschule zu einer Windexkursion an den geplanten Standort eingeladen. Die erneuerbaren Energien sind etwas, das für viele Menschen noch fremd und neu ist. Und was neu ist, vor dem hat man erst einmal Angst. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, auch die Erwachsenenbildung, mit den Menschen dort hinzugehen, wo man sowas anschauen kann, wo man diskutieren kann, um ganz einfach die Transparenz des Ganzen deutlich zu machen und auch das Verständnis, die Akzeptanz zu erhöhen. Auf der Anhöhe über Freudenberg wird derzeit geforscht. Ein Windmessmast und ein Schallwellenmessgerät bestimmen die zu erwartende Windmenge. Gleichzeitig wird die Artenschutzverträglichkeit untersucht. Der Bürger soll alle Fakten kennen. Das war unser Ziel, dass nichts über irgendwelchen Köpfen der unmittelbar Betroffenen hinweg passiert. Einfach reden mit den Leuten. Auf gut bayerisch gesagt, mit den Reden macht man es aus. Und auch finanziell sollen die Bürger an dem 8-Millionen-Euro-Projekt beteiligt sein. Wenn ab 2012 jährlich 9 Millionen Kilowattstunden erzeugt werden, soll die Wertschöpfung in der Region bleiben. Und der Wind kann dann optimal genutzt werden. Ein Bildpoet unser Gerhard.